Hallo Leute aus dem Internet, ich rufe jetzt beim Finanzamt an und bestelle so ein Bankprogramm, wo ich mir selbst Kredite geben kann und mir selbst Geld überweisen kann. Die Nummer habe ich hier im Kopf gespeichert, es ist eine Geheimnummer übrigens, ich rufe mit dem modernsten Handy an, das es gibt. Ja, guten Tag, ich bestelle jetzt so ein Bankprogramm, wo ich mir selbst Kredite geben kann. Ja, was soll denn das heißen, so was gibt es nicht für normale Menschen? Ja, wie soll ich das dann verstehen, wie jetzt, ich bestelle bei Ihnen ein Bankprogramm, wo ich mir selbst Geld überweisen kann. Haben Sie das jetzt kapiert? In diesem Ton sprechen Sie nicht mit mir. Ist das in Ihren Dickschädel reingegangen oder soll ich es Ihnen reinhämmern? Ja, nochmal zur Wiederholung, Sie Lusche. Sie haben mir so ein Bankprogramm zuzustellen per Post, wo ich mir selbst Geld über... ...aufgelegt. Mir reicht es jetzt endgültig. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu Geld kommen kann. Ich gehe jetzt.